Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks überträgt nun das erste deutsche Fernsehen die öffentliche Ziehung der Gewinnzahlen im deutschen Lottoblock für die 14. Ausspielung. Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt. 42 46 17 47 14 15 15 16 18 18 20 21 22 23 23 23 23 24